Hi, ich bin Nathalie und heute gibt es bei Place2Be Starsome Stories von und mit Modell Lena Gerke, den Place2Be Awards Gewinnerinnen Caro Dauer und Shireen David und vielen, vielen mehr. Der Alltag zwischen mir und meinem Freund sieht eigentlich relativ normal aus. Was uns Anna noch alles erzählt hat, sehen wir gleich jetzt erstmal das Weekly Update. Der Songwriter und Musikproduzent Moose T feiert heute seinen 54. Geburtstag. Bekannt wurde er durch seine Hits Sexbomb und Horny, diverse DJ-Sets bei unseren Place2Be-Partys und seinen Remixen für Megastars wie Timbaland, Michael Jackson oder die Backstreet Boys. Wie man als DJ Geburtstag feiert und warum er noch lange nicht ans Aufhören denkt, hat er uns exklusiv erzählt. Ob ich schon mal ans Aufhören gedacht habe? Nie im Leben. Also Musik in welcher Form auch immer, werde ich immer machen. Es ist natürlich eine Berufung, es ist eine Liebe. Und das Schöne ist, dass Musik ja auch in jedem Bereich, den wir uns so vorstellen können, stattfindet. Insofern kann man sich da ja auch selber weiterbilden, fortbilden und mal gucken, ob ich auch zu meinem Bord stehe. Wie feiert ein DJ Geburtstag? Ja, im besten Falle natürlich hat er einen Gig irgendwo, legt irgendwo auf und macht dann das zu seiner ganz eigenen Geburtstagsparty. Bei mir selbst ist es ein bisschen kleiner, ich werde mal einen Geburtstag mit meinen Lieben in Florenz verbringen. Bei einem schönen Dinner. Model Lena Gerke bekam im Juli ihr erstes Kind. Inzwischen ist davon nichts mehr zu sehen. Wie sie es zum perfekten After-Baby-Body geschafft hat, zeigt sie in ihrer Instagram-Story. Statt in der Mittagspause einfach essen zu gehen, macht sie lieber Sit-Ups. Anfang November sind Wahlen in den USA. Diese Woche fand das erste TV-Duell zwischen dem aktuellen Präsidenten Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden statt. Will you shut up, man? I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from me and he shows up with the biggest mask I've ever seen. He's just, he's the racist. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you, Joe. Everybody knows he's a liar. The wrong guy, the wrong night at the wrong time. The worst president America has ever had. Hey, come on, Mr. President, I'm the moderator of this debate and I would like you to let me ask my question and then you can answer. Viele Promis verfolgten die Show und teilten ihre Meinung zu den Kandidaten auf Social Media. Model Bella Hadid machte ihrer Abneigung Trump gegenüber in ihrer Story deutlich. Sie schreibt, dieser Mann hat nicht einmal grundlegende Manieren und legt dazu einen Clown-Filter über sein Gesicht. Diese Meinung scheinen auch Stars wie Ariana Grande, Billie Eilish, Eva Longoria und Jennifer Aniston zu teilen. Sie posten, vote on the fuck out, will you shut up man, Joe Biden speaking for most Americans oder dieses süße Hunde-Video. Auch die Models Cara Delevingne und Barbie Ferreira verdeutlichen noch einmal ihre Ansichten und erklären, wie man sich für die Wahl registrieren kann. Die sonst loyalen Trump-Unterstützer wie Kanye West, Sylvester Stallone oder Caitlyn Jenner verhielten sich nach der Debatte ungewöhnlich ruhig und posteten nichts. In Berlin wurde gestern gefeiert. Dort fanden die traditionellen Madelwiesen statt, die wohl exklusivste Version des Oktoberfests. Doch statt in München auf den Theresienwiesen fanden die Madelwiesen diesmal in einem Zelt hinter dem Promi-Restaurant Borchardt statt. Und statt großem Hallo gab es natürlich auch die obligatorischen Abstands- und Hygieneregeln. Vorab hat meine Kollegin Lina mit einigen Promis gesprochen, wie es ist, jetzt endlich mal wieder auf einem Event zu sein. Nach Corona wieder auf einem Event zu sein, ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Man hat recht vermissen, soll ich ehrlich sagen, gerade auch wenn Fashion Week und alles ausfällt. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es heute wird. Es ist ein bisschen verrückt, weil man sieht so Gesichter, die man Ewigkeiten nicht gesehen hat. Endlich ist es wieder soweit, ein Event. Zwar halten sich alle ganz streng an die Regeln, das ist sehr gut. Und ich freue mich, dass es trotzdem in diesem Rahmen stattfinden kann. Ich wäre richtig traurig gewesen, wenn Madelwiesen ausgefallen wäre. Ja, es ist natürlich jetzt für uns alle eine ziemlich schwere Zeit. Auch gerade natürlich für die Eventbranche und vor allen Dingen auch für die Musikbranche. Und deswegen ist es schön zu sehen, dass es immer noch Veranstalter gibt und Menschen gibt, die diese Verantwortung auf sich nehmen und trotzdem im sicheren Kreise dann quasi Veranstaltungen möglich machen. So wie heute. Und es fühlt sich auch echt gut an, einfach mal wieder rauszukommen und solche Veranstaltungen mitzumachen. Und auch wieder, in meinem Fall, ein paar Konzerte zu spielen und auf die Bühne zu kommen. In unseren Insights dreht sich dieses Mal alles um die Fashion Week, die zum ersten Mal trotz Corona wieder mit Publikum stattfindet. Wir starten mit der Fashion Week in Mailand, die letzte Woche stattgefunden hat. Model Nicole Mari, das Berliner Model, dem erst kürzlich eine Beziehung mit Brad Pitt nachgesagt wurde, war auf dem Laufsteg für Boss zu sehen. Später teilte sie Fotos von ihrem Auftritt auf Instagram und schrieb, ich träume noch immer von dieser perfekten Show. Auch die beiden Place to Be Awards Gewinnerin Shireen David und Caro Dauer waren von Boss eingeladen. Die beiden teilten die Highlights der Show in ihren Posts und Storys. Abends waren sie dann gemeinsam beim Essen des Modelabels und schienen sich super zu verstehen. Wie viel während der Fashion Week los ist, zeigt Fashion-Influencerin Leonie Hanne. Sie nahm ihre Community hinter die Kulissen mit und teilte ihren kompletten Tagesablauf. Von Make-up um 8.30 Uhr über Charity-Shooting um 15.30 Uhr bis zum Dinner um 20.30 Uhr. Bei der Fendi-Show waren Stars sowohl auf dem Laufsteg als auch im Publikum zu sehen. Plus-Size-Model Ashley Graham präsentierte einen der insgesamt 67 Looks. Diesen teilte sie zusammen mit ein paar Backstage-Eindrucken auf Instagram. Der Stargast der Show war Sängerin Rita Ora. Auf diesem Foto ist sie mit den Designern Silvia Venturini-Fendi und Kim Jones zu sehen. Die Fashion Week in Paris startet diese Woche. Die neue Dior-Kollektion wurde in einer physischen Modenschau gezeigt und live auf der Website der Brand übertragen. Viele Stars verfolgten die Show live aus der ersten Reihe und zwar von zu Hause auf ihrer Couch. Dazu zählen die Models Ann-Kathrin Götze, Cara Delevingne und Romy Street. Im Live-Talk habe ich diese Woche mit Model Anna Wilken gesprochen. Sie hat uns die Herbsttrends 2020 verraten. Meine Herbsttrends dieses Jahr sind definitiv Boots. Wobei, das sind gefühlt jedes Jahr meine Herbsttrends und Cardigans. Vor allem diese langen Cardigans. Ich hatte die früher schon und ich kam mir jetzt wieder meine Cardigans raus, die ich irgendwie gefühlt vor 6, 7 Jahren angezogen habe und immer behalten habe, weil ich sie nicht aussortieren wollte. Und jetzt kommen sie wieder zum Einsatz. Diese Woche war Tag der Endometriose. Anna leidet selbst unter der Krankheit und hat uns erzählt, was das ist. Ja, diese Woche war Tag der Endometriose. Und das Problem bei der Endometriose ist, dass viele das Wort und die Erkrankung dahinter gar nicht kennen. Endometriose ist eine gutartige und chronische Erkrankung, wo sich Gebärmutterschleimhautartiges Gewebe im Bauchraum ansiedelt. Das tritt dann in Form von Tumoren, Verwachsungen oder Zysten auf und kann sich an der Gebärmutter, in der Gebärmutter Eierstöcke, Eileiter, Darm, Blase, Bauchfell oder seltenen Fällen auch an der Lunge und Zwerchfell halt ansiedeln und stiftet da dann Unruhe. Anna ist schon länger mit dem Fußballer Sages Adamian zusammen. Wir wollten wissen, wie sieht eigentlich der gemeinsame Alltag zwischen Reisen und Spieltagen aus? Der Alltag zwischen mir und meinem Freund sieht eigentlich relativ normal aus. Das Einzige, was zum Beispiel Follower immer ganz oft fragen ist, ist dein Freund eigentlich immer weg? Bist du immer allein? Der hat halt natürlich viel Training. Es sind Auswärtsspiele. Mein Freund spielt auch für die Nationalmannschaft. Das heißt, er ist schon viel weg. Mir bekommt das eigentlich aber ganz gut hin, dadurch, dass ich auch viel weg bin, auch viel zu tun habe. Wir essen immer alles abends zusammen. Das ist so quasi auch so unsere Pflichtroutine. Wenn er frei hat, dann geben wir irgendwie ein schönes Café oder gehen essen und nutzen dann einfach die Zeit für uns zu Hause. Unsere Inspiration of the Week dreht sich dieses Mal um einen 94-Jährigen, der einen neuen Weltrekord bei Instagram aufgestellt hat. Der britische Naturforscher und Tierfilmer Sir David Attenborough meldete sich im Alter von 94 Jahren erstmalig bei Instagram an. Den Grund dafür nannte er in seinem ersten Beitrag. Zu seinen inzwischen fast 5 Millionen Followern zählen auch Stars wie Schauspielerin Lily Reinhardt, Designerin Victoria Beckham, Model Stefanie Giesinger, Prinz William und Herzogin Kate. Der ehemalige Formel-1-Star Nico Rosberg gratulierte Sir David in den Kommentaren mit den Worten Wirklich eine inspirierende Bereicherung für die Instagram-Community. Willkommen, Sir David. In der Kommentarspalte gab es zusätzlich eine große Überraschung. Der offizielle Account von Guinness World Records gratulierte ihm zu seinem neuen Weltrekord. Sir David stellte mit ungefähr 4 Stunden eine neue Bestzeit auf, um die 1-Million-Follower-Marke zu knacken. Das war's von Place2Be Stars und Stories. Wenn du noch mehr Stars und Stories möchtest, dann folge uns auf Instagram at Place2Be.